bürger servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen bs design video heute an einem samstag und heute schauen wir uns dort auf level 6 bis 9 an ich werde zuerst mit euch zusammen das rato das dorf für das rato 6 7 und 8 bauen danach werde ich noch das neuner zeigen da ist kein großer unterschied außer dass ihr dann ein verteidigungstor mehr habt und den wollen wir natürlich nicht übersehen jetzt geht's los viel spaß und bevor ich es noch vergesst das 1000 abonnenten special ist jetzt endlich fertig das problem ist nur mit dem dem programm wo ich das video gemacht habe kann man leider in der testversion nur drei minuten exportieren das heißt ich muss jetzt irgendwie versuchen das programm zu hinterlisten weil das abonnenten special ist natürlich bisschen länger als drei minuten ich glaube so elf zwölf minuten sind es geworden es ist auf jeden fall fertig mal schauen wann ich hochladen werden mal schauen wann ich so klein werden werden kann ich werde es entweder hochladen wenn ich das programm gekauft habe weil dann kann man unendlich viel machen oder ich werde das programm irgendwie überlisten mal schauen wie es machen werde das hier ist auf jeden fall schon mal die musik die im 1000 abonnenten special auf jeden fall vorkommen wird ihr könnt euch schon auf was freuen dann Bis zum nächsten Mal. 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 gerade aus hier sind sie zick zack aber das ist eigentlich kein großer unterschied vier punktschützen türme deine gold lager können alle von aus angegriffen werden was ich nicht verstehe dass du hier zwischendrin hier oben auf jeden fall sehr viel platz lässt die würde ich auf jeden fall alle ein zweiter rücken das problem wird dann halt auch sein dass die gegner wirklich alle deine gold lager von aus angreifen können da würde ich mir dann noch mal gedanken machen dass du lieber eine normale deathbox baust weil hier verschwendest du da wirklich hier sehr viele mauern die man eigentlich bei einen normalen weg der hier einfach nur geradeaus weglassen können damit könntest du dann oben und unten deine deathbox einfällt sogar ja einfällt musst du erweitern wenn du die zwei punktschützen zu meiner mitte zusammenschiebt hier oben hier muss es sogar zwei felder erweitern hier musst du zwei felder erweitern hier bei der beim helden altar da oben musst du ein feld erweitern da musst du es in der mitte zusammenschieben das wirklich deine gold lager auch in der deathbox geschützt werden das ist nämlich der sinn einer deathbox das gold geschützt wird meistens ist noch bei also bei mir ist jetzt so bei level 17 da habe ich jetzt eigentlich fast alles in der deathbox drin ich habe alle ich habe fünf gold lager alle fünf gold lager drin und dann halt noch zwei mana lager also ich habe eigentlich so alles abgepackt was so geht hoti hot heißt nächste gilde 2 von 30 mittel und befindet sich da drin ab 3.000 macht kann man bei drin auf platz 9.723 ist die gilde und da drin soll ich den ganz hotten daniel 20.011 mit 13.726 macht besuchen und er hat einen paladin ein paar in der einen renker eine truina ein donnergott also die helden passen auf jeden fall für dein macht level das wir buchschützen zu haben der eine deathbox es kann nichts von außen angegriffen werden das gefällt mir auf jeden fall schon mal sehr gut geschützt in deiner deathbox zwei gold lager hier unten stehen noch daniel dann nutzt du auch deine armee lager sehr schön um noch ein paar gebäude doch mit zu schützen das gefällt mir auf jeden fall schon mal sehr gut denn wenn die gegner hier angreifen oder hier drüben angreifen werden erstmal deine truppen noch mal schön verteidigen dann können deine gegner hier keine drum setzen genau wie hier unten deine truppen laufen auch nicht raus wenn du angegriffen wirst also das ist wirklich ein richtiges vorzeigedorf so gefällt mir das weiter so die nächste gilde vom spieler kikunato habe ich leider nicht gefunden die gelegt dann die klaren existiert leider nicht also bitte schreiben wenn man noch mal deine neue gilde so und auch der rbfgf hat mir gerade geschrieben da ob ich ihn mal anschauen könnte und er hat glück denn ich bin gerade in einer aufnahme und darum schaue ich ihn jetzt an und er hat einen eisdämon einen paladin einem pein der einen druiden und einen hänger vier buchschützen zu über eine deathbox leider können eine buchschützen türme von außen oben angegriffen werden es liegt aber einfach nur daran dass du wirklich noch zu wenige mauern hast beim nächsten rados upgrade bitte stell dann deine ganz deine zwei mauern hier oben einfach eins raus dann können die schon mal nicht mehr von außen angegriffen werden die gebäude kannst du auf jeden fall so stehen lassen und nutze die herrnlager noch ein bisschen um zu verteidigen also wenn du die mauer noch ein bisschen raus stellst dann gefällt mir das auf jeden fall und jetzt geht es weiter die nächste gilt hat einen komischen name nämlich auf wiegkta mit 16 von 30 mitgliedern ab 0 macht kann man beitreten auf platz 8523 ist die gilde man trennt euch anschauen den kugeln mit 6711 macht und er hat da schaudert es mich da schüttelt es mich er hat einen eros ein paladin ein eisdämon eine schlangenkönigin und ein aggressives kind gegen die helden habe ich nichts aber gegen deinen dorfbau du hast drei bogenschützen immer und ich schätze mal zwischen sechs und zehn ist ein ratos level ich kann auch wirklich gerade noch mal nachschauen ich habe es gerade noch offen auf level ob welchem level bekommt man den vierten bogenschützen turm ich schau grad army camp watchtower 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 up level du bekommst ab level 14 gut das heißt du hast auf jeden fall zwischen sechs und zwischen jetzt muss ich wirklich noch mal nachgucken ob man den dritten bekommt sonst kann ich dir keine richtigen dann geben den dritten bekommt man den dritten bekommt man ab level 6 dann hast du ein ratos zwischen 6 und 13 und da gibt es auf jeden fall ich habe gerade eben schon dorfbau dafür gezeigt also bitte bau den einfach entweder nach weil der ist 1000 mal besser als sowas du kannst auch gerne unter google cast steuer mein box eingeben dann das ist noch mal ein anderer dorfbau für rados level 6 bis 9 der ist fast genauso ähnlich der bewirkt noch ein bisschen dass du halt nicht so viele gebäude und so viele ressourcen schützen kannst aber du wirst glaube ich weil diamant box gibt es eigentlich keine chance ich hundertprozentig aus roten also bau ein von den dorfbord nach weil das hier ist wirklich nicht schön die nächste gilde heißen sie avengers auf platz 317 ist die gilde oder drin soll ich anschauen drei leute und ich fang gleich an die sind alle auf der zweiten seite und anfangen tun wir mit dem froggie mit 28.157 macht und er hat einen minutaurus einen kürbisherzug einen druiden einen lustigen zauberer einen donnergott und ein aerosol ich kann mir kein besseres team vorstellen ist es sehr sehr mega geil ja ich bin gerade ein bisschen geflasht hier oben steht noch dj vielleicht war er meine gilde dj kann ja sein du hast eine deathbox ja kann man nichts dagegen sagen du es können keine truppen hier gesetzt werden also nicht direkt da der gegner kann ein hiltruppen setzen aber die die werden dann erstmal sofort sterben weil du hast wirklich richtig geil helden rados server 18 bis 20 hast du also sehr geiler dorfbau sehr geile helden fünf bogenschützen türme genau geht ja nicht anders auf rados server 18 also das dorf gefällt mir auf jeden fall schon mal sehr gut dann schauen wir jetzt weiter gleich zum son goku sj mit 26.000 macht hat 2.000 macht weniger dann schauen wir mal er hat auch einen eros auch einen lustigen zauberer einen auch einen druiden auch einen pumpkin juke eine kürbisherzug und da anstatt donnergott hat er noch einen immo tipp drauf stehen dazu die helden sind auf jeden fall genauso geil wie der andere account dann gibt es hier noch eine deathbox kann nichts von außen angegriffen werden fünf bogenschützen türme rathaus level 18 auch bei dir würde ich auf jeden fall empfehlen dass du einfach mal den dorfbau von deinem kumpel nachbaus den ich gerade eben angeschaut habe weil der schützt auf jeden fall mehr rohstoffe als du es hier tust klar der dorfbau ist auch schön du deine helden und so werden die angegriffen aber die werden halt sehr oft sehr viele rohstoffe geklaut und dann schauen wir uns noch den dritten da drin an ich soll mich drei leute angucken und ist der uranus da ist mit 18.000 macht hat gleichmals 10.000 macht weniger als der erste und hat auch einen kürbisherzug auch einen eros auch einen druiden auch einem immerte und auch ein donnergott also der hat dann beide noch dabei also sehr cooles team auch vier bogenschützen zimmer wahrscheinlich rados service 16 oder so eine deathbox es kann nichts von außen angegriffen werden außer die goldlager können von außen angegriffen werden jetzt habe ich wieder zu viel gesagt sorry die zwei goldlager können von außen angegriffen werden aber da bekommst du beim nächsten rados upgrade wenn du es nie diese oder nächste woche macht es dauert ja nie so lange so das gold für das nächste rados upgrade zu bekommen dass du da dann einfach die mauer 1 was raus 1 nach draußen tust dann könnte eine goldlager nicht mehr angegriffen werden also die drei leute fallen mir auf jeden fall alle drei sehr gut haben bis in verschiedenen helden bis in verschiedene dorfbauern krumm und ganz ist die gilt echt cool und von der einen von den einen avengers kommen wir zu den anderen avengers wo ich eigentlich den vortec 96 angucken sollte aber leider war ein keiner von beiden avengers gilden also bitte vortec schreib mir noch mal deine neue gilde bis zum nächsten video dabei und jetzt schauen wir noch einen einzigen an bis gleich die letzte gilde die ich heute anschauen werde heißt wettpunkt 820 mit 55 von 60 mitgliedern ab 4000 macht günde bei drin wir sind hier jetzt auf dem amerikanischen server und schon wieder eine gilde die unter den top 300 ist finde ich sehr geil dass so viele deutsche gilden doch auf anderen servern außer dem deutschen server so weit kommen die gilt es hier auf platz 287 und den anführer davon soll ich angucken den troll lally mit 49.581 macht also da ist ein richtiger mon ist ein richtiges monster hier gerade vor uns hier oben steht wettpunkt 820 balka balkan steht hier unten noch die gebäude sind alles sehr hoch upgrade ich jetzt mal alle level 16 oder hatte schon eine ja er hat schon sechs hellen basis denn das heißt alle seine gebäude sind auf level 65 bogenschützentürme level 18 19 oder 20 ratus level einen minotaurus einen schnitzer oh mein gott ich habe es wieder gesagt einen kürbisherzog einen lustigen zauberer einen eros und einen kürbisherzog die helden sind mega geil der dorfbau ist mega geil es kann nichts von außen angegriffen werden die gebäude sind mega geil also das ist wirklich mal so ein account wo ich mich richtig froh einfach diesen account anzugucken geile helden geiler dorfbau es ist einfach geil so und was ich noch geil bin dass wir schon wieder auf dem amerikanischen server vier neue mitglieder haben gestern war mir 7 von 40 mitgliedern jetzt sind mir 11 von 40 ich habe auch einen an einen co-anführer gemacht den xx freak xxx hat er schon 1.617 gespendet ist glaube ich der zweitspender ja skiller keks hat 1 7 oder ich bin gerade in der überlegung skiller keks auch als kornfahrer zu machen da werde ich aber noch ein bisschen warten wenn ihr auch beitreten wollt dann könnt ihr beitreten ab 200 macht es ist nicht viel den boss 2 machen wir immer um 19 uhr wir sind schon bei boss 2 da jetzt so viele sind also der ansturm hier ist wirklich gigantisch ich weiß gar nicht wenig alles an dem soll sie die ganzen bewerbungen hier ist einfach gigantisch und wenn ihr weiteren könnt wie gesagt wenn ihr weiteren wollt könnt müsst keine ahnung ab 200 macht seid ihr willkommen wir nehmen jeden an und wenn ihr jetzt fragt warum spricht der typ heute so schnell dass ich einfach daran dass ich heute nicht so viel zeit habe dass ich jetzt gleich weg muss und ich will das video heute wirklich noch am samstag hochladen wenn es heute wenn heute sonntag ist an dem ihr das video anguckt und das video auch am sonderkugel anwurde das liegt daran dass ich heute keine zeit mehr aber das video hochzuladen ich bin ein wenig jetzt wirklich das video hochzuladen wenn ihr auch angeschaut werden wollen dann schreibt einfach eure namen eure gilt und eure server unten in die kommentare ich hoffe wir hören uns bald wieder see you later alligator